Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Jawohl und das tun wir jetzt auch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und heute sprechen wir über ein Thema, das ich schon ein paar Mal auch punktuell angerissen habe. Vor allem in den Bereichen Wahrnehmung und Reizüberflutung und ja, da gab es den Wunsch, dann nochmal ein bisschen intensiver was drüber zu erfahren und heute geht es um das sogenannte Stimming. Ja und Stimming ist was, das so als Begriff immer relativ viel durch die Gegend schwebt und es gibt aber viele Menschen, die gar nicht so genau etwas damit anfangen zu wissen und deswegen wollen wir das heute mal aufklären. Also grundsätzlich gehört das Stimming erstmal zu diesem Bereich der Stereotypen, sich wiederholenden repetitiven Verhaltensweisen und es geht hierbei um die Regulation des psychischen Zustandes. So könnte man das bezeichnen. Das bedeutet insbesondere, wenn Menschen aus dem Autismus Spektrum eine Reizüberflutung zum Beispiel erleben, eine Reizüberflutung zum Beispiel erleben, dann reagieren sie mit bestimmten körperlichen Bewegungsmustern oder auch mit bestimmten Sätzen, die verbal wiederholt werden. Und das führt dann dazu, dass dieser Erregungszustand ja runterreguliert wird und die Menschen sich selber damit wieder in so eine, naja, sagen wir mal Ruhebasis runterregeln können. Und dementsprechend ist Stimming ein ziemlich, ziemlich mächtiges und auch wichtiges Werkzeug der menschlichen Psyche und eine grundsätzlich sehr, sehr positive Sache, die wir auf jeden Fall auch nicht unterschätzen sollten. So, vom Grundsatz funktioniert es so, Stimming kann bei Reizüberforderung oder bei Reizunterforderung eingesetzt werden. Die gibt es ja durchaus auch, nämlich die Reizüberforderung in erster Linie bei Menschen, die hochsensibel sind, also hypersensitiv. Und die Unterforderung in der Wahrnehmung, die hängt ja mit dem Begriff Hyposensitivität zusammen. Da geht es halt darum, dass Menschenreize eher gedämpfter wahrnehmen, zum Beispiel Geräusche, Schmerzen. Da sind alle Reizapparate in der Regel betroffen. Und die Zusammensetzung dieser Hyper- und Hyposensitivitäten, die kann ein bisschen variieren. Also es kann sein, dass Menschen nur in bestimmten Bereichen hypersensibel sind und vielleicht auch mal in einem Bereich hyposensibel oder halt auch andersrum. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass die Menschen schon so ein gewisses Profil haben, das so insgesamt in die eine oder in die andere Richtung zeigt. Und ja, dementsprechend sind hier wieder Wahrnehmungsthemen sehr stark im Fokus. Und ja, wenn jetzt, wie gesagt, eine Unter- oder Überforderung in der Wahrnehmungsverarbeitung zum Beispiel gerade das Thema ist, dann kann die betroffene Person bewusst Stereotypien, zum Beispiel irgendwelche Bewegungsabläufe, irgendwelche Dinge, die mit der Hand bewegt werden oder vielleicht auch Schaukeln, Wippen, sowas sind so auch ganz klassische Stimming-Prozesse einsetzen, um sich damit entweder bei Unterforderung hoch zu regulieren oder bei Überforderung runter zu regulieren. Sollte jetzt zum Beispiel bei einer Überforderung die Person so stark betroffen sein oder so stark schon in problematischen Krisen sein, dass sie nicht mehr bewusst dazu in der Lage ist, das Stimming einzusetzen, dann setzt das Stimming automatisch ein. Und das ist total faszinierend. Das heißt, wir haben eine Regulationsstrategie der menschlichen Psyche, die sowohl bei Unter- als auch bei Überforderung eingesetzt werden kann. Und sie setzt, wenn wir nicht mehr dazu in der Lage sind, sie aktiv bewusst einzusetzen, von alleine ein. Und das ist eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte, wie ich finde. Und das hilft natürlich vielen autistischen Menschen oft sehr weiter, gerade wenn sie in Umfeldern unterwegs sind, wo es zum Beispiel viele Menschen gibt oder wo ganz viel Trubel ist oder es besonders laut ist oder besonders viel Stress herrscht. Und dementsprechend, ja, sagte ich ja schon am Anfang, sind diese Stimming-Prozesse überhaupt nicht zu unterschätzen. Die haben eine ganz, ganz hohe Wichtigkeit und eine wunderbare Bedeutung für betroffene Menschen, die diese halt immer mal einsetzen können. Für Fachkräfte oder auch für verwandte Angehörige, Bezugspersonen, Freunde, Menschen, die halt in irgendeiner Form verbunden sind mit autistischen Menschen, sind diese Stimming-Prozesse auch auf jeden Fall ein guter Hinweis, nämlich darauf, dass irgendwas im Wahrnehmungsumfeld der betroffenen Person gerade nicht stimmt. Also zum Beispiel, wenn jetzt gerade besonders viel Trubel ist, besonders viel Lautstärke im Raum ist, dann wird die betroffene Person relativ schnell anfangen, leichte Stereotypien, also leichte Stimming-Funktionen einzusetzen, um das ein bisschen zurechtzuregulieren. Und daran erkennen wir dann ganz gut, dass hier vielleicht gerade ein bisschen zu viel Action ist oder ein bisschen zu wenig. Diese Möglichkeit besteht ja nun auch. Das heißt, Stimming ist immer nicht nur eine gute Regulationsmöglichkeit für die Betroffenen selbst. Es gibt auch den Menschen im Umfeld einen guten Hinweis darauf, dass hier vielleicht gerade im Wahrnehmungsumfeld eine Anpassung notwendig ist oder irgendwas runter- oder hochreguliert werden muss. Und das, finde ich, ist ein tatsächlich ziemlich zielgerichtetes, gutes Zeichen, ein toller Hinweis, den man nach einer gewissen Zeit im Umfeld von autistischen Menschen auch sehr kontrolliert und regelmäßig wahrnehmen kann und daraus denn unter Umständen die richtigen Maßnahmen ableiten kann. Ja, genau. So funktioniert das erstmal. Und wo wir gerade bei so pädagogischen Fachkräftinnen zum Beispiel sind, haben wir oft mal folgendes Problem, nämlich dass diejenigen, die sich jetzt nicht spezialisiert mit dem Thema befasst haben, oft davon ausgehen, dass diese Stimming-Prozesse irgendwie auch unterbrochen werden dürfen. Also es bedeutet, dass den Kindern in der Kita zum Beispiel gesagt wird, so jetzt bleib doch mal ruhig sitzen oder nimm mal die Arme runter oder hör mal hier mit auf oder hör mal da mit auf. Und dazu muss ich was ganz Deutliches sagen, denn die Person ist ja in irgendeiner Form schon in einer kleinen Krisensituation und dann kommt man irgendwie auf die Idee, die einzige Regulation, also quasi die Behandlung, die die Person selber bei sich einsetzt, zu unterbrechen. Und dadurch wird natürlich das Grundproblem, also die Reizüberflutung oder Unterforderung nochmal verstärkt. Denn die Person, die da betroffen ist, wird ja in der Regulation dieses Zustandes unterbrochen. Das ist ungefähr so, als würde man einem Diabetiker sein Insulin wegnehmen und sagen, hier, lass das mal hier mit der Spritze. Das heißt, die richtig tolle Behandlungsstrategie, die die Person selber, also in Form von diesen Stimming-Maßnahmen, die die Psyche halt wieder regulieren haben, werden dann hier quasi fast gewalttätig unterbrochen, indem gesagt wird, hör mal auf zu backeln, setz dich mal gerade hin, nimm mal die Arme runter. Und da möchte ich allen Kolleginnen nur empfehlen, das bitte nicht zu tun, denn das könnt ihr ziemlich klar mit psychischer Gewalt gleichsetzen. Also es ist eine sehr, sehr hohe Beanspruchung und deswegen bitte sowas nicht tun. So, und jetzt werde ich immer gefragt, ja, was machen wir dann? Also wenn jetzt jemand laut schreit oder die ganze Zeit den Lichtschalter an- und ausmacht oder hin- und herwackelt, durch die Gegend springt, ja, es ist so, dass wenn Stereotype verhalten, Verhaltensweisen wie zum Beispiel diese Stimming-Mechanismen nicht so gut ins Gefüge passen, weil die vielleicht auch ein Gefahrenpotenzial bergen oder sowas oder halt alle anderen Menschen im Raum stark irritieren, dann kann man gucken, ob sich diese Stereotypien vielleicht umlenken lassen. Das heißt, indem man dem Kind, dem Jugendlichen oder auch dem Erwachsenen eine andere Regulationsmöglichkeit anbietet, denn viele Menschen mit Autismus haben ganz viele Stimming-Prozesse, die sie einsetzen können, wenn sie die benötigen und dementsprechend ist es so, je mehr sie die Erfahrung sammeln und desto älter sie werden, desto größer wird auch quasi der sogenannte Notfallkoffer und dann gibt es durchaus die Möglichkeit, auch auf alternative Stimming-Ansätze, Reize umzusteigen und dann ist es für alle eine ziemlich entspannte Geschichte im Umgang miteinander. Ja, und das war genau das, was ich zum Ende nochmal sagen wollte. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.